Bounce, 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 Make'em Bounce Yo, so willkommen und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Brajors Part 4 Schuldi ist mittlerweile Level 26, Jörg läuft gerade von mir weg, aber wir sind gerade am Leveln Fick dich, du nimmst dich jetzt nicht auf, oder was? Doch Ich habe ein 55er Mädchen, in meinem gelben Reichter auf dem Berg Das ist schön, der war da vor zwei Sekunden noch nicht Jungen, es kloppt dir gerade jemand Das ist mir egal Tune live Tune live, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, den habe ich vorhin gerade gesehen Alter, bin ich langsam, was ist denn hier los, ey? Mach hin, ey, ich kann ja noch aufhalten Gehre Koordinaten, sofort Wo bist du, Fotzenkorb? Jo, gegenüber, auf dem Berg, da, Richtung Rot Ja, gibt ja auch kein Okay, das ist ne Ansage Vorhin war es noch gelb, ne? I'm Wicked 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 Boy Ja, ne, das Lied ist verwahrt Achso I'm coming like the Wicked Boy Ey, Junge, sowas nie Weißt du, der macht die ganze Zeit nix, klappt nicht mit drauf Und meinst, klappt der mit auf den Stein, alter Oh, oh, oh Die prügeln aber ganz schön auf mich ein, die Wichser Uuuu, wer hat gedroppt? Der, dieser Fotzenkorb, ey Gott, ich könnte wieder kotzen, man Wenn da vorne jetzt kein Mädchen steht, äh, krieg sofort auf Jungen, in jedem perfekten Part, ne, ist Stress. Immer. Das liegt dann dir. Also ich habe die ganze Zeit ohne Probleme gespielt. Ich habe zwar nicht aufgenommen, aber... Oh, ich habe den Metin gefunden. Ja, ich bin in der Hälfte gelaufen. Ja? Jungen, ich kenne OTM nur in- und auswendig, wo die Steine stehen. Ey, wenn der Knecht gleich hinterherkommt, dann drehe ich durch. Du fällig ein Kampfforsch, FB? Nee, ne? Ja, stimmt. Das war mein Metin. Ey, dieser komische Kerl da, oder was? Ja. Sieht mich doch, einen feuchten Furzmann. Ey, bitte klopp mal die Bogies. Die nerven mich. Ich versuche es. Ey, nee, jetzt kommt der Fisch wieder an, Mann! Der macht nichts. Ich muss nur ruhig stehen bleiben. Ja, würde ich auch hoffen. Was gab's? Ja, nice! Hier ein Pfeilregen, komm! Gott, ich könnte kotzen! Er fragt mich, wer ist dein Kanal? Das ist auch immer so eine schlaue Frage, ne? Kommst du heute noch? Ja. Ja, der Kollege will, äh, die Werte meiner Reck wissen. Ey! Jetzt fragt er mich, ob er mal, ob er Töp sehen darf. Okay, jetzt will ich vielleicht nicht mehr clounen. So? Weiß nicht, hier sind jetzt ein paar neue. Pff, das interessiert mich einfach nicht. Wenn ich level, dann level ich. Er hält mich die Gruppe ein. Er hält mich die Gede. Oh, Mann, Hack. Vor allem Hack mit Ä. Das passt. Oh, ich schluss gar nicht auf meinem XP, keiner. Das ist immer noch ein Tiger, Mann! Nein, das ist ein Löwe! Keine Art Schwein! Das ist ein Löwe hier, was ich hab. Das ist definitiv kein Löwe. Tödig! Ja, okay, der hat eine halbe Mähne, Mann. Der ist frisiert, Alter. Töte sie, bevor ich dich töte. Oh, super, ich glaub, es ist Ärger am Anmarsch. Los, go, go. Jo, ich glaub, ich bin der Erste, der weg ist. Egal. Oh, nee, jetzt kommt noch mehr. Verzahlt das. Ey, boys. Was? Was steht da? Kein Tumult machen, Mann. Ah, ich hab kein Sprachring drin. Er sieht doch noch genau so die anderen Leute, die da stehen. Alter! AAAAAAAA Du, ich hatte lacht Boah, der macht ja richtig Damage Ja, der drückt gut Ah, XP, wuhuuu Jetzt hat er dich an den Eiern Digga, ganz ehrlich, wieso? Jetzt, okay Diskutiert gar nicht über so... JUNGE! Wieso? Steht ein 75er im OTM und klopft kleine Leute weg Wieso? Wo ist da der Sinn? Geh dir in der Nase, Boah Geh mir ohne Witz, bevor ich hier geh, äh, fallen seiner Oma die Schamhaare aus, Mann Der kann mich mal auf Arschlecken, Mann Er schreibt Ausländer raus Ohne mit solchen Leuten würde ich am liebsten vor die Tür scheißen Ohne mit solchen Leuten würde ich am liebsten vor die Tür scheißen Alleine schon, weil ich VioPot benutzen muss Er kommt ihm wieder hinterher geflitzt Er kommt ihm wieder hinterher geflitzt Und der Witz, der kann gerne... Warte, ich mach das ganz tricky Mach ein SW, komm Der hilft mir nämlich mal ein bisschen, das finde ich gut Kann das... das kann irgendwie nur sein, dass es immer mit dir Ärger gibt, ne? Kann auch daran liegen, dass du in ein OTM reingehst, wo 75er, 90er oder sonst wo steht und anfängst zu lernen will, Alter Ja, wo liegt das Problem? Ja, siehst du ja Wenn Monster da stehen, dann heißt das auf jeden Fall, dass sie nicht lernen Spass dir wieder Man gibt doch trotzdem gute XP Ja, richtig gut Ich hab in einem ganzen Part ein Level abgeschafft Das ist nice Ich glaub er hat eingesehen, äh Dass ich einfach zu gut für ihn bin Er kann mir einfach nichts Ich glaub auch Er dachte sich so... Er soll erstmal aufpassen, wenn ich mein Gifty mit 33 DSS und 8 Int hab Ja, weil 8 Int ja auch richtig als Krieger hilft, ne? Ja, ne, die 8 Int, die hauen alles raus Komm schon, Level ab, komm schon Tu was Gutes für dein Land Ja! Ich weiß gar nicht, wie wir das Problem haben Die leveln doch sowieso nicht Soll ich mal jetzt richtig provozieren und damit in die Mobs rein schlagen? Soll ich mal reinboxen? Nein Wieso? Möchte ich nicht Wieso hat der GW geschrieben? Da kommt der nächste Bus angefahren Also heute muss ich nicht länger als 10 Minuten warten Das will ich hoffen, ich bleib nicht nochmal 20 Minuten in der Stadt 20 Minuten? Junge, was kann ich denn dafür, wenn er je in 1 Stunde fährt? Du kannst nicht mal... Du kannst nicht mal... Busplan lesen, ey Digga, ich fahr auch nicht so auf Bus Würde ich mir meine Gedanken machen Ich fahr auch nicht so auf Bus Ich fahr nicht so auf Bus, nö 2x in der Woche in die Stadt Johohohahahahaha Du hast jetzt nicht ernsthaft noch diese kackte... Die Aufnahme an, ne? Doch Oh Junge Das ist wieder ne neue Part, alter Ja ich rede nicht über solche privaten Dinge Jetzt wissen alle, dass ich 2x in der Woche mit Bus fahr, packen sie Suchen sie jeden, der 2x in der Woche bus fährt Ey, bist du Schnulli? Wie oft fährst du in der Woche im Bus? 2x Bist du Schnulli? Nee? Awee, Killboy! Meinst du, der verprügelt mich, wenn ich so ganz dicht an ihn rangehe, an die Box? Junge, warum?! Warum machst du das?! Ich glaub, der steht gar nicht mehr da. Ey, wenn sie ihm nix mehr tun, läuft er nur und gibt ihm Sausen, Alter. Und gleich holt er wieder rum, er verfolgt mich, wieso?! Ähm, ich hab nicht mal ein großes Problem damit. Herzliche Ruhe, ich will dir nur nebenbei ein paar XP verschaffen. Du bist der, der gesagt hat, ich sollte dich leveln. Eigentlich solltest du mich leveln, mein Freund. Wie soll das denn gehen? Weiß ich nicht. One Orc-Amulett. Ich glaub, ich werd feucht! Ich wünsch dir was. Ich hab mir gewünscht, dass es auf dem Boden fällt, dann ist es geschehen. Es hätt wirklich geklappt! Ich reiß dir die Eier ab! Alter Junge, wir haben ein Millimeter Schnee draus, Ligo, die fahren mit nem Schlitten, ey, behinderten Kinder. Ja. Hab ich damals aber auch gemacht. Ja, und du bist auch behindert. Lass sie jetzt mal auf mich immer zu mobben, Alter. Entschuldigung. Irg-, irgendwann reicht's, ja? Ja, ist zu leid. Das tut dir nie leid. Hallo Leute, ich's mir erst mal so ein BIP-Bandakstarte. Ich wollte nicht mein Tauber einer Satz entschuldigt, dass ich ein Hater-Video gemacht hab. Was denn, wer das grad gesagt? Weil ich wüsste, wo das hier im Channel-Alter. Ähm. Aber wenn es weiter geht, brauchen wir noch eine Stunde für drei Level. Ja, was soll ich machen? Soll ich mir jetzt 50 Umhänge holen damit, dafür, dass ich, äh, hier nicht vorankomme, oder was? Ja. Ist sogar ein BDA drin, also. Ach, achso doch, ich bin noch Gruppenanführer, ich dachte schon. Aua! Ich hab mein USB-Stick kaputt gebissen, Alter. Ja, hoffentlich. Ich hab ihn aus der Höhle rausgenommen. Das ist ja echt geil. Wie lange läuft Aufnahme schon? Nicht, dass wieder gleich die 70 Minuten Aufnahme ist, und, äh... Weiß ich nicht, hab ich nicht drauf geachtet. Du achtest auf nichts! Doch, auf hübsche Weiber. Ja. Boah, glaub ich das einzige, was du kannst. Das war jetzt hart. Das weiß ich. Das hat mir jetzt weh getan, ehrlich. Breit, breit gebaut, braun gebrannt, 100 Kilo Hantelwang. Ja, aber deine Mutter singt das immer, wenn sie trainiert. Breit gebaut, braun gebrannt, 100 Kilo, äh, Bauchvorhang. Oh, ich hab'n 45er gefunden. Ach, der läuft hier gar nicht mehr. Ich steh' hier, Alter, und der ist weg. Ja, wo, welche Richtung? Ähm, in Richtung, ähm, 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 gelbes. Also rechte Seite gelbes, wenn du halt aus rot, wenn du vom roten aus kommst, rechte Seite da berg. Ist aber gleich schon down, brauchst eigentlich gar nicht mehr kommen. Ich hab grad meine RealLife-Kollege geschrieben. Leute, download fertig, sofort meldet mein Antivirenprogramm. Virus. Ja, das ist nur, ähm, das wird nur so angezeigt. Das ist nur der kleine Keylogger. Keine Angst, Leute. Das ist nur der Keylogger. Ich bin tot. Das ist nur der워서. So, Leute. Das war's mit dem Part, der was so übertrieben, behindert und spontan einfach, so aus Langerweil aufgenommen. Aber ich hoffe, das hat euch trotzdem ein bisschen gefallen, ne? Nicht viel Dislike, meine Sohne. Tschüüüü! Ich hab ein 55er Mädchen im Gelben Reichtor auf nem Berg. Ja, das ist schön. Der war da vor zwei Sekunden noch nicht Jungen, es klappt dir grad jemand! Das ist mir egal, Tune Life Tune Life? Warte mal, warte mal, den hab ich гораздо gesehen Alter bin ich langsam Mann, was ist denn hier los! Mach hin ey, ich kann nur aufhalten... Da raten sie mir ihre Koordinaten Bounce, 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 Make'em Bounce Yo, willkommen und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Brajors Part 4 Schuli ist mittlerweile Level 26, Jörg läuft gerade vor mir weg, aber wir sind gerade am Leveln Fick dich, du nimmst dich jetzt nicht auf, oder was? Ey Junge, so was nie, weißt du, der macht die ganze Zeit nix, klappt nicht mit drauf und manch klappt ja mit auf den Stein, Alter Oh, oh, oh Die prügeln aber ganz schön auf mich ein, die Wichser Uh, wer hat gedroppt? Dieser Fotzenkopf, ey Oh Gott, ich könnte wieder kotzen, man Wenn da vorne jetzt kein Metin steht, äh, bin ich sofort auf Junge, in jedem perfekten Part, ne, ist Stress, immer Das liegt dann dir Also ich hab die ganze Zeit ohne Probleme gespielt, ich hab zwar nicht aufgenommen, aber Oh, ich hab den Metin gefunden, äh Ja, ich bin hinterhergelaufen Ja? Junge, ich kenne OTM nur aus, ohne, in- und auswendig, wo die Steine stehen Ey, wenn der Knecht gleich hinterherkommt, dann dreh ich durch Sofort Wo bist du Fotzenkopf? So gegenüber, aber auf dem Berg, da riecht so ein Rot Ja, gibt ja auch Okay, das ist ne Ansage Vorhin war es noch gelb, ne? I'm coming like a wrecking ball Ja, nee, das Lied ist verbar Achso I'm coming like a wrecking ball Bye